Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute zeige ich dir mal wieder einen richtig nicen GTA 5 Online Money Glitch. Der ganze ist solo und ohne alles. Dieser Glitch ist wirklich mega mega nice. Aber bevor wir hier mit diesem Money Glitch anfangen, möchte ich dir auch nochmal ganz kurz etwas erzählen. Und zwar das könnte dich ein bisschen bereichern in GTA 5 Online. Du brauchst momentan unbedingt Geld in GTA 5 Online. Dann bist du genau hier auch richtig. Und zwar kannst du hier bei mir, bei meinem Partner ganz schnell und ganz günstig Geld kaufen in GTA 5 Online. So viel wie du möchtest. Von Account Boost bis zu Unlock All Accounts, Playstation 4, Playstation 5, Xbox PC. Was du auch möchtest. Hier kannst du wirklich dein Glück wirklich bekommen. Indem du wirklich ganz ganz günstig hier einkaufst. Bevor du irgendwelche Shark Cards kaufst oder auf irgendwelche illegalen Seiten, wo du wirklich auch noch gebannt werden kannst. Oder halt auch im schlimmsten Fall noch gescammt werden kannst. Kauf am besten hier bei meinem Partner Unlock All.org hier einfach was. Hier kannst du ganz günstig irgendwelche Money Boosts oder Unlock Alls kaufen. Das ist wirklich mega cool. Ich habe dir im Hintergrund hier einfach ganz kurz gezeigt. Du kannst hier natürlich auch nochmal einen Rabattcode benutzen, Gloper. Dafür bekommst du 10% Rabatt auf jeden Einkauf. Und unterstützt mich natürlich auch noch da teilweise noch ein bisschen dafür. Deshalb macht das auf jeden Fall hier 10% Rabatt. Wie gesagt mit Gloper kannst du hier wirklich mit allem hier zahlen, mit Kreditkarte und so weiter. Das ist wirklich eine mega coole Funktion. Du musst einfach nur deinen Playstation, Xbox, PC Namen eingeben, dein Passwort. Was du eben da halt eben brauchst. Und kannst auch wirklich hier ganz schnell reich werden in GTA 5 Online. Dieses Geld erhältst du innerhalb von 24 Stunden von Unlock All.org und hast wirklich sinnvoll dein Geld ausgegeben. Deshalb mach das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, jetzt geht es weiter mit dem Video. Mit diesem Thema sind wir durch. Und da möchte ich dich aber auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar verlose ich ja momentan sowieso noch 100 Millionen GTA Dollar. Wenn du diese 100 Millionen GTA Dollar gewinnen möchtest, einfach jetzt diesen Kanal abonnieren und dieses Video liken. So, wie du im Hintergrund siehst, musst du diese drei Sachen hier, also GPS und erweitertes Radar und Spielanzeige, musst du genauso haben, so wie ich das habe. Wenn du diesen Glitch machen möchtest, ist es wichtig, dass du eben diese Einstellungen so hast. Und wenn du das Ganze gemacht hast, kannst du jetzt hier einfach ins Internet, Legendary Motorsport und ziehst du hier auf nach Preis sortieren. So, hier 0 Dollar. Das sind Autos gerade momentan, die im Angebot gratis sind. Und dann nimmst du einfach das erste Auto und zwar die Corvette, was auch immer. Die ist gerade momentan auch kostenlos. Die holst du dir und stellst du dir am besten in die Autowerkstatt. Wichtig, dabei sollte ich vielleicht noch ganz kurz erzählen und zwar die Autowerkstatt sollte voll sein. Voll zu sein, außer ein Auto sollte noch reinpassen. Das wäre für die Corvette. Also alle Autos, die ganze Arena-Werkstatt sollte voll sein und ein Auto sollte noch Platz drin haben. Also ein Auto kann man noch reinmachen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Machst kostenlos mit Allergies rein oder was auch immer oder mit deinem persönlichen Auto. So, dann gehst du raus. Du hast das Auto jetzt gekauft. Arena-Werkstatt, gehst wieder rein. So. Und wenn du jetzt drin bist, ist es wichtig, ich sag mal, das ist jetzt einer der wichtigsten Punkte bei diesem Money Glitch. Und zwar, wie du siehst, ich habe ja hier die ganze Arena-Werkstatt, Auto-Werkstatt habe ich voll, außer ein Platz ist noch frei. So, dann drücke ich hier die rechte Pfeiltaste, dass ich eben diese Autos eben auswählen kann und wähle jetzt irgendein Auto aus, irgendein Auto und stelle es dahin, wo normalerweise gleich die Corvette dastehen sollte. So, da drüben sollte dann die Corvette stehen, aber, also eigentlich ja hier, ne? So, dann steigst du hier ein, drückst gleichzeitige Optionstaste, gehst auf Online, gehst auf Jobs und Jobs spielen. Von Rockstar erstellt, Mission und gehst in den Job rein, ein Job für einen Titanen. So. So, wenn du das gemacht hast, dann solltest du jetzt auch gleich spawnen. Also, ich werde dieses Video ab und zu mal cutten oder ein bisschen schneller machen, einfach, dass es nicht so langsam ist. So, dann stellst du das alles auf schwer ein und easy und startest das Spiel alleine. Wichtig dabei, nochmal ganz kurz zu erklären, es muss alleine sein, du musst das Ganze alleine machen. Und, ja, so, dann bist du hier drin. Und wichtig ist jetzt, dass du dein neues Auto jetzt auch holst, indem du jetzt einfach das Handy gleich rausholst und einfach Mechaniker anrufst und dein neues Auto holst. So, wie gesagt, du siehst ja im Hintergrund, ich drücke einfach auf Mechaniker und hole in meiner Autowerkstatt jetzt das neue Auto. Das sollte jetzt auch gleich drinstehen. Und du siehst hier, das neue Auto ist da. Das bestelle ich jetzt einfach hier bei diesem Job. Und gleich musst du da hinfahren, wo ich das Ganze auch hinzeige. So, das Ganze machst du einfach in einer Sitzung nur für Einladungen. Also, es soll solo drin sein. So. Und du solltest jetzt mit diesem Auto genau da hinfahren, wo ich jetzt auch hinfahre. Und zwar zu der Arena-Werkstatt. So, du siehst es nur ungefähr, völlig egal, ob das jetzt wirklich punktgenau ist, einfach an der Arena-Werkstatt. So, du siehst, das Ganze mache ich jetzt hier ein bisschen schneller, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, dass ihr da jetzt nicht so ewig ein Video hier habt. Und dann fährst du eben jetzt da hin. Übrigens, abonniere doch einfach mal diesen Kanal, das würde mich übertrieben freuen. So. Dann bist du jetzt hier und fährst mit dem Auto genau vor die Garage, Optionstaste und gehst auf GTA 5 Online verlassen und startest halt einfach GTA 5. So. Jetzt ist es völlig egal, ob du jetzt Michael gleich bist oder Franklin bist. Das ist völlig relevant, sag ich mal. Ähm, äh, nicht relevant. Lull. Mein Deutsch fällt auch ein bisschen aus. Ähm, bitte entschuldigen mich. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, eine Woche oder ein bisschen länger keine Videos mehr gemacht. Da fällt das Commentary dann auch irgendwann mal aus. So. Und gehst wieder in GTA 5 Online. Und das Wichtige ist, äh, geschlossene Freundessitzung. Ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du in die Zone-Sitzung reingehst, startest das Ganze wieder. Das ist wichtig, dass es die Sitzung ist, sonst funktioniert dieser ganze Glitch nicht. So. Das Ganze sollte jetzt hier, ähm, ja, ein bisschen laden für dich. So, wie gesagt, ich habe das Ganze ein bisschen beschleunigt oder ein bisschen gecuttet. Ähm, aber nicht so gecuttet, dass es jetzt, keine Ahnung, dass Leute wieder reinschreiben, ah, ist fake, fake, fake. Ach, leck mich. So, ähm, so, ich bin jetzt hier und sollte jetzt da runterlaufen. Und du wirst jetzt auch gleich sehen, dass dein Korvette, deine kostenlosen Korvette, in, äh, diese eine, in diese eine Korvette, ähm, ja, verwandelt wurde. So, hier siehst du, ich habe hier dieses, diese, ja, ich nenne es halt Korvette, weil es halt so aussieht wie eine Korvette. So, ähm, gehst du hier rein. Dein kosten, deine kostenlose, dein kostenlose Korvette wurde jetzt, äh, verwandelt in einen, äh, eleganten Korvette, sag ich mal, der nicht kostenlos ist. So, äh, beachten ist, äh, man kann das Auto hier in der Autowerkstatt nicht verkaufen. Du musst extra, äh, ähm, ja, ähm, der Sanders Kaspen oder sowas, um das Auto zu verkaufen. Das Auto kannst du jetzt verkaufen für 1,3, 1,2 Millionen GTA-Dollar. Das heißt, du hast 1,2, 1,3 Millionen Dollar jetzt einfach erglitscht. Und schreibst du mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob der Glitch bei dir funktioniert hat. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen. Ansonsten würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Kanal, um weiter nichts mehr zu verpassen. Und ciao.